Hallo meine Lieben, Hallihallo Hallöle. Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind mal wieder in Besko. Heute stelle ich mich mal gleich zu Anfang hin und werde mal alle hier festhalten, dass ich das Video nachher der Polizei weiterheben kann. Nein, natürlich nicht. Aber nachdem ich sonst immer dem Trott hinterher hier ran bin, habe ich gesagt, stelle ich mich heute mal hin und filme mal gleich von Anfang an, wo sie alle losmarschieren. Dann haben wir vielleicht noch wieder einen Überblick, wie viele Leute dann mit dabei gewesen sind. Vielleicht findet es noch jemand anders. Hallo, der auch noch filmt. Da gibt es wieder mehrere Videos und dann ist das gut. Ich bin wieder begeistert, obwohl es, wie gesagt, ein bisschen schneit. Obwohl es ein bisschen Regen da ist, sind wir doch wieder einige Menschen... Ahoy! Einige Menschen wieder erschienen. Das finde ich sehr schön. Die haben sich ja so von der Wetterlage nicht abhalten lassen, hier wieder zu erscheinen. Das ist gut. Schauen wir mal, wie es aussieht, wenn es dann wieder ein bisschen wärmer wird. Aber auf alle Fälle... Das ist schon einiges wieder, was hier los ist. Ich mache da noch mal einen Schwenk nach vorne. Unsere Herren von der Polizei passen auch wieder auf, dass alles funktioniert. Alles gut. Jetzt schließe ich mich mit dem Trott mal an und ich melde mich noch mal später. Ciao!